Jo Leute, willkommen zurück zu Xenoblade 3. Wie versprochen machen wir jetzt hier weiter mit der Story. Vielleicht erfahren wir ja noch diese Folge, was mit Ethel los ist. Oder Ethel. Oh, guck mal hier. Oh, guck mal hier. Das sind aber große Pilze. Das klingt genauso, wie wenn meine Freundin kocht, Lara. Alles Gemüse, was weg muss. Und damit Reis. Das kenne ich irgendwo her. Kennst du auch irgendwie? Ja, das machen die Frauen gerne. Gemüse kaufen ohne Ende, das die ganze Zeit im Kühlschrank lassen, bis es fast vergammelt. Und dann Resteverwertung machen, weil es weg muss. Und alles zusammen in einen Topf. Oder in eine Pfanne. Das kenne ich auch. Meine Mutter hat das auch immer gemacht. Meine Freunde macht das. Das machen alle Frauen. Tatja macht das bestimmt auch. Alles klar, dann. Das sollte uns gut für Essen sein. Ja. Sieht so, dass das uns ein bisschen Zeit dauert. Moin Sharky. Wo wäre nackt? Was wäre daran so schlimm, Sharky? Ich mache hier ein bisschen Hot-Up-Stream. Aber warum, Frau Magie? Warum würde ihr attackt Colony 4? Ihr kam in Kontakt mit Ouroboros, nicht wahr? Ich würde es nennen, die Kontagion zu spüren. Kontagion? Sie sagen, dass wir uns entdeckten? Sie haben nicht. Sie wurden aus der Schutz der Flamenklox-Protekt. Sie haben nicht mehr geholfen, dass ihr Leben in der Krieg ist. Wer nicht in der Leben ist, ist es nicht zu leben. Das ist der Kompakt unserer Nation. Und mehrfach, die Wahrheit. Meine Königin, meine Königin. Aber, um dich alle zu verabschieden, wäre ein Fehler. Deshalb werde ich dir eine Chance geben. Was muss ich tun? Eliminieren Ouroboros. Sie wollen mich zu wissen, und die anderen? Natürlich bin ich mit dem Fakt, dass der Krieg ist wunderschön und wunderschön. Ich habe keine Ahnung, dass ich dich alleine sende. Kameravi! Warum bist du hier? Äthel. Wie? Aber du bist nicht auf der gleichen Seite. Untertitel. Entschuldigung? Die, die, die von der Flamenklox-Protekt haben, aus der Flamenklox-Protekt werden, können nicht durch die Merbius-Iris. Um dich wieder zu kontrollieren, hätte ich, deinen Rebirth zu fördern. Aber das kann nicht so gut sein. Die Kraft, die du zwei Ruhst, übernimmt sogar einige unserer Konsolen. Ich habe große Hoffnung für dich. Äthel. Kameravi. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Sie haben die neue Pharaonese geöffnet. Sie haben sich gemacht, speziell zu töten Ouroboros. Die Kaffeln kann ein bisschen Zeit dauern. Aber du hast nicht viel Zeit. Die zwei sind nach deinen Händen. Sie sind sicher, das? Wirklich? Das ist weshalb ich hierher gekommen bin. Sie wissen bereits deine Ruhst-Protekt. Das ist so, dass ich dich in der ersten Zeit gefunden habe. Was ist das? Die Kaffeln des Kaffeln. Sie wurden auf meine Pharaonese geöffnet, als ich auf sie verstanden habe. Sie haben die Schematik für den Annihilator. Sie nehmen sie und zurück nach Kolonien 4. Kommander, du sagst... Wenn sie uns finden, woher wir sind, will ich zumindest ein Weg für uns eine Kampf. Ich bin falsch? Aber, Mom, wir können nicht sehr gut. Also, über die Gruppe Noah. Wenn du sie entdeckst, sagst du ihnen das. Ich werde den Annihilf-Protekt. Ja? Was? Außerdem, sagst du ihnen, ich wünsche ihnen alles gut. Ich hoffe, dass sie ihren Ziel erreichen können. Wanda? Wanda? Ich halte der Annihilf-Protekt. Ich halte den Annihilf-Protekt. Syphilis. Das ist Ethel für dich. Wie sie kommen. Sie werden nicht in die Probleme, weil Sie rauskommen? Nichts. Ich bin nur ein Fuss-Soldier. Keine Ahnung. Ah? Aber Ihre Wände, früher. Die Wahrheit ist, aus einem Schliff zu fallen, war es wie ein Schnapp. Sie sind auf meine Wände? Also, es ist nichts für euch, Leute, zu fressen. Das ist unser Problem, jetzt. Du fokussierst auf deinem Objektiv. Wir empfehlen es. Ja, aber Mann... Warum hat der Kommander gesagt mit euch, Leute? Und warum war unser Foe, Kameravi, da? Das Ash Bar? Es fühlt sich, dass der ganze Welt auf sich geflogen hat. Alles klar, ich gehe zurück. Ich gehe zurück. Entschuldigung? Die Leute schoßen weiter aus diesen Teilen. Es gibt noch ein paar Zeit, bevor sie fertig sind. Und mit euch auf dem Foe... Wir sind nicht weg. Nicht nach allem. Huh? Ich stehe, auch. Was, wirklich? Das Licht, das wir gesehen haben. Einmal zurück. Wenn das... Wenn das aus dem Annihilator kam... ... 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